Dieses zu veräußernde gut gepflegte 4-Zimmer-Ein-Familien-Haus steht im Kreis Mayen-Koblenz. Das Haus verfügt über einen Außenparkplatz. Es hat zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 200 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 110 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 115.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF, 2020